Moin zusammen, Fennek hier. Mit der Kriegsasche Phantomschnitt könnt ihr das Waffentalent Phantomschnitt auf Stangen, Waffen und Doppelklingen ziehen. Hier im Hintergrund seht ihr es in Aktion. Wo bekommt ihr das nun aber her? Hierfür müsst ihr zu den Verbotenen Landen gehen. Wichtig ist jetzt, dass ihr die Zeit auf Nacht stellt. Lauft ihr vom Ort der Gnade Verbotene Lande den Weg weiter, begegnet ihr dem Dunkelkavallerist. Diesen müsst ihr besiegen, um die Kriegsasche zu bekommen. Wie könnt ihr das jetzt aber am besten machen? Im Folgenden zeige ich euch jetzt erstmal den Weg von dem Ort der Gnade Verbotene Lande hin zu dem Dunkelkavalleristen. Und danach geht es dann weiter mit den Punkten. Am Ort, an dem ihr den Schwarzen Ritter begegnet, seht ihr einen umgestürzten Torbogen. Hier könnt ihr euch an den höchsten Punkt stellen und ihn mit Fernangriffen ganz einfach besiegen, wie hier im Video zu sehen. Guti, das war es auch mit dem Video, wie ihr die Kriegsasche Phantomschnitt bekommt und wie ihr den Dunkelkavalleristen am einfachsten besiegen könnt. Dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Im Folgenden seht ihr jetzt noch den ganzen Kampf von mir gegen den Dunkelkavalleristen und wie dann die Kriegsasche droppt. Okay. Tschüss! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020